Heule was geht ab Leute Hong hier Die Raids laufen grad überall in der ganzen Stadt Alle sind fleißig auf Tour Hat am Freitag angefangen Da haben nur gesponserte Hab vorbeigeschaut natürlich im parsing Hab einen mitgemacht Es kamen 3 glaube ich an dem Tag Dann Samstag waren wir auf Tour Despotar Habt ihr gesehen Despotar und Galaxo Also das sind die 2 Top Pokémon aus den Raids Heute hatte ich zu tun Hatte ich nur einen gemacht Ich werde wahrscheinlich aber auch nicht mehr in Zukunft auf Raidtouren gehen Das war jetzt einmalig Weil es neu ist für Video und so Aber meine Meinung zu Raids Kommt demnächst noch Was wollte ich sagen Habe ich vergessen Aber unten in der Beschreibung Hab ich eine Abstimmung Könnt abstimmen Argemeinungen dalassen zum Thema Raids Ob ihr die gut findet oder schlecht Saftig oder leidend Und die Ergebnisse schauen wir uns dann an Wenn ich morgen über Raids rede Meine Meinung dazu gebe Ah jetzt weiß ich was ich noch sagen wollte Raids Weil ich das heute in den Kommentaren ab und zu gelesen habe Nur von 9 Uhr bis 9 Uhr 9 Uhr früh fangen die ersten Eier an Und ab 9 Uhr abends kommen keine neuen Eier mehr Da laufen nur noch die alten Eier aus Aber es kommt keine neuen dazu Wieso diese Zeitspanne und diese Begrenzung Ich habe keine Ahnung Aber die ist da Das waren die Raids Ich habe hier die ganze Zeit schon eingeblendet Meine Items jetzt von den Raids Ich habe 10 Raids bis jetzt gemacht Und Ja wie gesagt meine Meinung dazu gebe ich demnächst noch in dem Video Aber war recht erfolgreich Ich habe auch bemerkt dass ein paar nicht zufrieden sind Dass ich Gelberge bei Despotar verwende Aber ihr müsst bedenken Ich habe halt so viele Candys und Despotar interessiert mich echt jetzt nur noch 100% Alles andere ist halt echt nur Candy Also entweder mache ich 0 oder 10 oder 20 ist eigentlich egal Dementsprechend zum Beispiel Kollege Dimmi hat gestern 3 gefangen Ohne Gelbe Berge Hat da 30 Candys gemacht Ich habe halt nur 2 gefangen mit Gelberberge Aber 40 Candys gemacht Also das ist halt das Risiko Bei der Gelben Berge Aber Manche Leute gehen es ein Manche nicht Aber wenn ihr wollt dass ich das nicht mehr mache Dann kann ich auch für euch die goldenen Himbeerge werfen Kein Problem Leute Aber wie gesagt hier habe ich Links oder rechts ich weiß nicht genau Die Belohnung eingeblendet Ich habe ein paar TMs jetzt Zwei habe ich verwendet Das seht ihr gleich Im Anschluss noch Im Rest des Videos Ein paar Sonderbordungs Die werde ich Doch nicht verwenden Im Video sage ich dass ich das auch hier verwenden werde Aber Schreibt unten in die Kommentare Wie viele TMs ihr schon bekommen habt Und bei welchem Pokemon ihr es einsetzen würdet Beziehungsweise eingesetzt habt Und wie gesagt stimmt ab Und über die Ergebnisse werden wir demnächst reden Also morgen Und ansonsten So Oh Alter was geht ab weiter bei mir Und Kogai und Dennis Er wollte unbedingt die TMs in Aktion sehen Ich habe beide bekommen Ich habe den ersten Raid Battle gehabt Kannst Fall mit ihnen Einfach Ganz schön Ja Ich habe kurz in den Boden geschaut Da sind sie Da sind sie Chatsstern Bastern Aha Zinfektion Ich muss das nochmal machen Mal schauen Mein Gott habe ich das verschickt oder was Nein Eigentlich nicht Ja Hier ist sie Keine Ball Bullet Punch Submission Endschlechte Energie Das war komplizier Das war komplizier So So Das ist es Genau Jetzt war es noch Wuchtschlag Aber da ist es halt super Das sind 3 Schnellere Ladertaken Obwohl ich Hier lernen kann Scheiße Oh mein Gott Soll ich noch einen Raid Button machen? Ja Du musst mal Du musst mal ein extra Schiff machen Ja Schau mal das machen wir mal an Schau mal So wir sind immer noch hier Ein Zweiter Raid Beziehungsweise dritter Weil den allerersten haben wir verpasst Startet gleich In 16 Minuten Ich mache da nicht mit Der ist nur Level 1 Und man kriegt halt nur einen Freien Raid Pass pro Tag Und wenn man einen kauft Kostet der 100 Das verschwende ich nicht für einen 1 Raid Aber die anderen machen das noch Wir haben vorhin die TMS verwendet Ich denke mal später verwenden wir noch Die Sonderbombung Zumindest 1 Denke jetzt will ich mir aufheben Und dann war es das glaube ich Für das Video heute Schauen wir mal So So Red fängt gleich an Erzähl was Erzähl was Erzähl was Leo sag was Scheiße Leo sag was Okay Wenn dann nur auf Englisch Oder kann Griechisch Erzähl was Erzähl was Erzähl was Erzähl 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 Auf gehts Oh Loreblatt Oh Loreblatt So nice Baily Baily Du gehst auf private Okay Mein Gott der Spiegel 4000 ist okay Pass auf pass auf Ich mach eine private Gruppe Warte Nein macht es jeder alleine Oder versuchen wir es alleine Schafft ihr nicht Ein Loreblatt alleine Ja Oh mein Gott Oh mein Gott und du bist Level 40 gerade geworden Okay versuchen wir es alleine Okay Aber da sind schon 5 Da mach ich eine private eigene Gruppe Feuer ist automatisch Ja genau Das kannst du jetzt teilen Wenn du willst Dass jemand in deine Gruppe kommt Wieso geht das jetzt nicht Oh Barbarsoar Barbarsoar Snorlax Wie war die Gruppe? Wann sie die Gruppe? Ja genau Jetzt kriegst du einen Coach Jetzt kannst du auf 4000 Geht ganz schnell vorbei Zeig mal her Wie das geht Wie stark das ist Warte mal jetzt sind 3 Dieren Oh mein Gott ist ja easy Ja das ist ja jetzt schon richtig Aber erst mit Merger zusammen Er ist nicht alleine Sag bei dir du bist alleine Ich bin alleine ja Genug 30 Sekunden Ja Gewonnen Zwei Sonderbonbons Oh echt schlecht Zwei Sonderbonbons nur Oh mein Gott Ich brauche diese Aber er war in der Gruppe Wie viel waren bei dir in der Gruppe? Sechs Ich dachte mir Wie leckte sieben schon mal Okay schau mal was ich Schau mal was er alleine bekommt Ich glaube ich nehme erst Arkani Spannung steigt Jetzt geht's los Jetzt geht's los Jetzt geht's los Wir fangen Weil er ist ja easy Ja geht ganz schnell Ja geht ganz schnell Ja nur 37 Wir kommen dann So Der Arkani macht ihn alleine flat Oder was? Ja ja ich hab noch Schau mal wie viel Und ich bin alleine 74% Ey 9% Akku Das gibt's ja nicht Das ist gefährlich Eins mehr Eins mehr Eine Berge mehr als er 7 6 5 Aber kein TM oder? Nein 3 2 1 Go Level 1 Level 1 funktion Ich will dich nicht mal fangen Scheiße Was will ich damit? Einfach fangen 5 Bonbons 10 Bonbons Mit Berge 10 Bonbons 10 Bonbons 10 Bonbons Viel Glück Daniel, vielleicht schaffst du es. Schauen wir mal. Ich habe Angst, ich habe den ersten Schlag in Gura bekommen. Boah, Level 1 wollte ich jetzt machen. Ja, das ist ein Overhit. Das ist viel zu schlecht. Mach mal mit Himbeere. Was will ich damit? Das ist richtig. Boah, das ist ja end-easy, Alter. Oh, excellent. Ich habe ihn. Aber 7,000 Gp ist schon hoch, gell? Ja, aber das ist nur 74%. Habt ihr irgendwas gekriegt beim Campen? Ja, klar. Was habt ihr denn gekriegt? Leber, Bären, Bonbons. Das war es vom Wochenende. Hat sich diesmal alles rund um Raids gedreht. War cool. Wie gesagt, meine Meinung dazu morgen. Und eure Meinung könnt ihr unten abgeben. In der Umfrage. Einfach draufklicken und dann anklicken. Wählen. Und die Ergebnisse schauen wir uns dann morgen an. Zusammen mit meiner Meinung. Aber wie gesagt. Schreibt rein, wie viele TM's ihr schon habt. Und welche Attacken ihr geändert habt. Oder gerne ändern würdet. Und ansonsten war es das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen wie es so ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesse ich Pokémon und CS Business.